Ja, die Wahlen, der Bildungsmangel und die Irrtümer der Parteien und die Superreformen der Next Scientists for Future. Ja, immerhin ist die Basis mit 1,0% die größte der kleinen Parteien. Und das Problem ist, dass die anderen Parteien geistig noch nicht mal an dem Punkt sind, dass sie ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft sehen. Der Vorteil von wir2020.de, von wir2020.eu redet man ja nicht mehr, wegen der zwei Gerichtsurteile und der Verleumdungshedschrift sozusagen. Aber wir2020.de, mit denen wir sehr gute Talkrunden und Gesprächsrunden hatten, so nach dem Motto hier, wo ist es hier? Viele Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten zu sehr viel besserem Volksentscheid-Wahlprogramm mit Wählerstimmenpotenzial 56%. Da hatten wir sehr viele Talkrunden mit wir2020.de und mit einem Mitglied, das dann auch dann mit Mitgliedern von wir2020.eu, von denen aber das wichtigere Mitglied jetzt ja in die Basis wechselt. Oder vielleicht später in wir2020.de. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie sich wir2020.de entwickelt, denn da waren die tollen Talkrunden. Ja, und die, ja letztendlich die, wahrscheinlich nützen uns die anderen Parteien relativ wenig, da gibt es noch die Freien Wähler und Volt hat noch eine gewisse Größe, also die Klimaliste wäre noch eine Möglichkeit, aber die sind oft so überdreht, die wollen also immer die ganze Welt retten auf Kosten der Wählerinnen, der deutschen Wählerinnen. Das ist so die Frage, ob wir mit denen wirklich, ja auf der anderen Seite können wir ihnen ihre Klimaträume erfüllen, ja, weil wir, das ist eine Sache der Kooperation. Naja, ich werde mal versuchen, die Klimaliste zu erreichen in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen, wo die nächsten Wahlen sind, ja, ich werde mal versuchen, die zu erreichen. Ja, ja, also, die Großparteien, da ist es sowieso, da ist es halt ganz schwierig, weil, warum sollen die ihren Bildungsmangel und ihre Irrtümer korrigieren, wenn sie doch so viel Stimmen kriegen von der Masse, ja. Das heißt, also, die haben gar keinen, für die ist es ja so, jede Änderung ihres Parteiprogramms könnte sie ja stimmen, auch Kosten vielleicht sogar theoretisch, auch wenn sie sozusagen durch die Superreform der NextScientistsForFuture.de eben bis zu 56% steigen könnten, aber die haben dann eher Angst, dass sie vielleicht Stimmen verlieren. Ja, also müssen wir mit den kleinen Parteien arbeiten und da sind immerhin, gibt es bei die Basis und wir2020.de dieses Bewusstsein, dass man doch eigentlich alles ändern müsste, weil alles so grundsätzlich so schieflaufen kann, wie es jetzt gelaufen ist, ja. Gut, und jetzt der Bildungsmangel. Also, es geht also los. Also, es geht ja schon mal hier los. Ich weiß nicht, wie... Also, World Council of Wise People, Weltrat. Ja, es fängt schon damit an, mit dem Bildungsmangel, dass wir alle, die Leute, dieses Gefühl nicht haben, da ist eines von vielleicht vielen Universen, wissen wir nicht so genau, mit ganz bestimmten Eigenschaften von Naturgesetzen, Gravitation, Massenträgheit, was auch immer es da alles physikalisch gibt, und Naturgesetz, Mutation und Selektion. Und die meisten Menschen haben also einen extremen Bildungsmangel und Irrtümer bezüglich hier des Urknalls vor 13,8 Milliarden Jahren, ungefähr vor 10 Milliarden Jahren die Entstehung der Galaxien, zum Beispiel auch unserer Milchstraße, vor 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde und den anderen Planeten unseres Sonnensystems. Und man sieht da immer eigentlich, dass es Ausdehnungsprozesse sind. Man spricht ja vom Urknall, obwohl den natürlich niemand gehört hat, aber Ausdehnungsprozesse. Die Supernovae sind Ausdehnungsprozesse. Unser Sonnensystem ist ja auch aus einer Supernova, glaube ich, hervorgegangen. Also immer Explosionen, Ausdehnungsprozesse, Verbrennungsprozesse in der Sonne. Das sind ja wohl alles auch irgendwie Verbrennungsprozesse, vielleicht auch irgendwie sozusagen Prozesse, die eher auch einem Atomreaktor entsprechen. Also keine Ahnung, wie das ganz genau ist, aber irgendwie Energie, also Bewegung. Und dann kommt vor 4 bis 3 Milliarden Jahren beginnt dann eben auch sozusagen hier die Bewegung, in dem quasi die Verbrennung oder die Explosion eingebunden ist in so ähnliche Dinge wie Muskelzellen, ja, also sodass dann also Materie anfängt, sich auch zu bewegen, das, was wir Leben nennen, also eine Eigenbewegung zu haben und so wie so ein Rasen sich über die Erde zu legen, so ein Rasen, sozusagen eine Schicht des Lebendigen, ja, letztendlich überall noch dazu legt. Und das sind halt wir, die sich bewegende Materie und mehr sind wir nicht und nie gewesen. Alles andere sind Manipulationen, Vorteilbringende Irrtümer, Killerviren des Geistes, mit denen der Geist, der gesunde Menschenverstand vernebelt wurde, ja, und mit denen unser Leben zerstört wurde. Ja, vor 4 Milliarden Jahren, da, 3 bis 4 Milliarden Jahren, da war noch alles in Ordnung. Vor 65 Milliarden Jahren, hier sind die 65 Milliarden, nein, 65 Millionen, nicht 65 Milliarden, natürlich, also von, jetzt gehen also von 3.500 Millionen Jahren runter auf 65 Millionen Jahre, wo dann die Dinosaurier sozusagen uns Platz machten und Platz machten für die großen Säugetiere. Und dann hier vor 13,8 Millionen Jahren kann man sagen, dass die Menschenähnlichen sozusagen, ja, letztendlich immer, immer, ja, immer Menschenähnlicher wurden und dann vor 5 Millionen Jahren dürfte wohl der aufrechte Gang schon abgeschlossen gewesen sein. Dann hier vor 4 Millionen Jahren der Verlust der Eckszene, ein neues, pazifistisches, eventuell ein urmatriarchales, pazifistisches, Bonoboschenker-kommunistisches neues Sozialsystem, das eben den riesigen Vorteil hat, dass es keine Kindstötungen mehr kennt und das ist eben, wo ein liebevolles, hochkooperatives System ist, das einfach effizienter ist als ein, zum Beispiel das Harem-System der Gorillas, wo eben mit Eckzähnen und Körpergröße eben Gewalt zwischen Männern abläuft und, ja, und zum Beispiel bei Löwen auch regelmäßig Kindstötungen vorkommen und so weiter. Und da ist eben so ein Eckzahn freier Lebensform, eine pazifistische Lebensform, eine friedliche, eifersuchtsfreie Lebensform eigentlich weit überlegen, technisch, evolutionsbiologisch, technisch. So, und dann vor 2,5 Millionen Jahren die Erfindung von Technik und damit der ersten, allerersten Vorläufer von Waffentechnik auch, ja. Und vor 2 Millionen Jahren gleichten sich die Körpergrößen zwischen Männern und Frauen nochmal ganz deutlich an. Der Geschlechterdeformismus reduzierte sich sehr stark. Das ist wieder ein Zeichen für das Friedliche und die Abschaffung des Rivalenkampfs, obwohl das hier rein theoretisch auch an der Waffentechnik liegen könnte. Also, die Eckzähne sind uns ein wichtigerer Hinweis. Und das wissen alles die meisten Menschen gar nicht, ja, weil sie so einen extremen Bildungsmangel haben in all diesen Dingen, ja. Und auch in der Politik. Und deswegen trifft man dann auch politisch ganz falsche Entscheidungen, ja. Weil man eben, zum Beispiel, wir hatten ja eine Matriarchalsforscherin und unserer Talkshow, die bekannteste, Dr. Göttner Abendrot, weil eben, ja, weil da vor, sozusagen, ja, vor 4 Millionen Jahren die Evolution Richtung des Matriarchalen begonnen haben dürfte. Vor 2 Millionen Jahren sicherlich beschleunigt. Vielleicht, vielleicht hier vor 1,7 Millionen Jahren unser Fellverlust irgendwann, so dass wir dann uns immer ähnlicher wurden, unsere Urgroßeltern uns immer ähnlicher wurden. Und dann, vor 400.000 Jahren, hat es uns halt das Genick gebrochen. Und jetzt passiert Folgendes. Unsere urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-kommunistische Sozialform und Lebensweise muss natürlich jetzt weggeredet werden, denn wir erfinden vor 400.000 Jahren, wo ist es? Vor 400.000 Jahren, ja, 400.000 Jahre hier, rot, vor 400.000 Jahren erfinden wir den Tausch. Dann musste irgendwann ja erfolgen, Tauschhandel oder hier vor 300.000 Jahren. schon Erfindung des Fernhandels, Prof. Friedemann Schrenk bietet eher so an, vor circa, ja, 170.000, 140.000 Jahren Erfindung sozusagen des Fernhandels. und, ja, also spätestens vor 140.000 Jahren, vor 170.000 Jahren müsste hier so ungefähr eigentlich Schamanismus, Frühärztetum, Erfindung des Frühärztetums und des Schamanismus gewesen sein, ja, und damit das Geschäftes mit der Krankheit und der Seele und so weiter, Schluck Wasser. Hier unten an dem rundlichen Ding immer auf mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit drehen, alles, ja. Ja, und dadurch sozusagen, Sie sehen es, also spätestens vor 140.000 Jahren begann dann der Fernhandel seine volle Wirkung mit Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung zu entfalten, ja, und vor 40.000 Jahren kam dann noch das Geld dazu und ab dem Moment war die Degeneration so gewaltig geworden, durch die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung, ohne positive Anreize zu setzen, ja, der Fehler war, dass man also von Anfang an vor 400.000 Jahren hätte sofort positive Anreize setzen müssen, dazu war man aber nicht klug genug, das Gehirn war, und wir sind ja auch heute noch nicht klug genug dazu, außer der Weltrat und die Next Scientists for Future, ne. Und vor 40.000 Jahren geht es dann also bergab von 1,5 Liter Hubraum im Gehirn, durchschnittliche Gehirngröße und damit Gehirnleistungsfähigkeit, ging es zurück bis auf heute 1,35 Liter, also 150 Milliliter Gehirnverlust, also wir werden ständig dümmer, wir degenerieren, wir gehen aufs Kaputtgehen Europas, evoluieren wir uns hin quasi, ja, man muss gucken, wie weit die anderen Staaten dort die Gehirne auch degenerieren, natürlich kann das auch toxische Einflüsse haben, ja, und dann vor 10.000 Jahren wurde ja dann hier, also Ackerbau und Viehzucht zu großen Geißeln der Menschheit, nämlich weil das natürlich die Gesundheit ganz gewaltig angreift, ja, und zerstört, denn der Mensch hat ja Millionen von Jahren, aber Millionen von Jahren haben die Menschen ja, und die Vormenschen, mindestens mal die letzten 13,8 Millionen Jahre, ja, eben von rein naturbelassener Nahrung, die nicht in Monokulturen und nicht minderwertig im Massenanbau und so weiter und gar noch mit Chemikalien und so weiter, also diesen ganzen, dieser ganze Sondermüll, der begann dann die Produktion dann vor 10.000 Jahren, die Menschen wurden schlagartig mickriger und kränklicher und die großen Seuchen begannen und die Krankheitsanfälligkeit begannen, ja, und anstatt, dass man sich darum kümmert, dass man eben die gesamte, also die ganzen Fehler, die ganzen Fehler der Landwirtschaft korrigiert und damit starke Immunsysteme schafft, macht man jetzt das Geschäft mit den Impfungen und so weiter, ja. Aber jetzt entscheidend ist das, was die meisten, wo der größte Bildungsmangel ist, ja, also erstens verstehen die nicht, dass wir eine genetische Evolution Richtung des matriarchalen oder des vollmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker-kommunistischen Sozialsystems oder Sozialformen oder Lebensweise hinter uns hatten, genetisch. Und jetzt ist die Frage, warum ist die verschwunden, ne, das ist ja dann die wissenschaftlich interessante Frage und da kommt man dann eben wieder dahin zurück, ja, da kommt man dahin, dass eben hier sozusagen die erste Frühhändler und Früh, ja, also sozusagen Früharzt und Frühhändler, der noch in der Wahrheit lebt, der sagt, ja, toll, wie ihr alle eure urmatriarchale Sozialformen lebt, super, viel Körperkontakt, viel Liebe, ganz viel Sexualität, alle, oder habt da starke Immunsysteme und ich liefere euch auch nur rein naturbelassene Nahrung, wie man sie pflücken und ernten kann, helfe euch da ein bisschen, indem ich euch das liefere, aber im Prinzip belasse ich die Nahrung hundertprozentig im Naturzustand und auch die Zeit zwischen pflücken und eurem Essen ist nur ganz kurz, so wie in der Natur sinnvoll, ja, und wie ihr auch genetisch geeicht seid. Und dann kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt, muss es immer auch, genauso wie es zu genetischen Irrläufern kommt, muss es immer auch zu memetischen, also im geistigen, im Memory, im Gedächtnisbereich auch zu Irrläufern kommen und so kommt es zu den ersten Irrtümern und da dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich und sagt, oh, ist das ekelhaft, eure urmatriarchale Lebensweise ekelhaft, widerlich, hört auf damit, das macht euch doch krank und so weiter. Nein, Krankheit in Wirklichkeit, Krankheit, das hat nichts mit Immunsystem zu tun, das hat nur damit zu tun, ihr müsst, da gibt es so allmächtige, winzige Dinge, die wir später Viren, Bakterien und Pilze und so weiter nennen werden, das sind die absoluten Killer und da verkaufen wir euch etwas dagegen und so weiter. Ja, und ja, da verkaufen wir euch was, Impfungen, Tests, Operationen, Chemotherapien und so weiter. Ja, und dieser, und dann sagt er auch noch, na ja, auch euer Ernährungsstil, also das ist völlig Quatsch, ihr könnt ruhig auch meine denaturierte Nahrung, Kunstnahrung kaufen, künstliche Nahrung, angebaut bei Ackerbau und Viehzucht und so weiter. Nein, die ist genauso gesund, das ist völlig egal, was ihr esst. Esst einfach, was euch schmeckt, essen sie einfach, was ihnen schmeckt. Ja, und so, diese Irrtümer führen jetzt rein zufällig dazu, dass die Leute, die diesem Früharzt und Frühhändler glauben, schwer krank werden, in Krankheit hineinschlittern, völlig falschen Lebensweg einschlagen, ihre Sexualität unterdrücken, unglücklich werden, konsumsüchtig, kaufsüchtig und shoppingsüchtig werden, über die Konsumsucht, spätere Alkoholzigaretten- und Süßigkeiten-Sucht, sozusagen chronisch krank werden und gutes Geld bringen den Ärzten und Händlern sozusagen. Ja, laut, wir sind eine Suchtkrankheitskultur, in der alle von uns profitieren, die Händler profitieren von uns. Und diese Irrtümer nennen wir deswegen vorteilbringende Irrtümer, weil zum Beispiel hier dieser Früharzt und Frühhändler eben dann zum Beispiel drei Enkel, vier Urenkel ernähren kann, weil er so wirtschaftlich erfolgreich ist und sich dann ausbreitet, der Vorfahre von Aldi, Lidl, Brewe, Alnatura und Co. wird und der Vorfahre von Drosten und Wieler und Lauterbach. Also diesen ganzen mainstreamigen Geschäft voll von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf sozusagen, ja, befindlichen, also so Menschen. Und hier findet sich dann auch hier dieser, diese Linie ist die Linie der geistigen Nachfahren. Hier finden sich einzelne Schüler, solcher erfolgreichen Frühärzte und Frühhändler, also die bei ihnen eine Ausbildung machen. Und hier dann gibt es sogar eine Akademie und dann gibt es dann ganz viele Schüler. Und ja, und so haben wir dann wieder hier auch die geistigen Nachfahren dieser erfolgreichen Frühärzte und Frühhändler sozusagen. die sich überall ausbreiten und ihre vorteilbringenden Irrtümer, die kommunizieren, sind natürlich überall und heute über Werbung und über Medien, über Großmedien, wobei über die Werbung Evolutionsprozesse in Gang gekommen sind, dass sich also Karriere in den Medien eigentlich nur noch Journalisten machen können, die von vornherein die gleiche Weltsicht haben wie die Werbekunden. Dadurch gibt es dann keine Konflikte mehr zwischen den Journalisten und den Werbekunden und das Geschäft läuft. Und dadurch streuen alle zusammen vorteilbringende Irrtümer aus in die Köpfe der Weltbevölkerung und in ihren Köpfen, auch in den Köpfen der Politiker und auch in den Köpfen der Neuparteien, landen diese Irrtümer und stellen dann vorteilbringende Irrtümer, wandeln sich ja quasi um in den Köpfen in parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, die unser aller Leben zerstören. Aber jede einzelne Sparte und ihre vorteilbringenden Irrtümer profitiert davon, aber alle Sparten schaden sich gegenseitig und wir alle schaden uns alle gegenseitig kaputt, weil in unseren Köpfen lauter vorteilbringende Irrtümer sind und also parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, durch die wir durchmanipuliert sind, von vorne und hinten. Und das wissen die meisten Politiker nicht und auch die Neuparteienpolitiker nicht. Und dieser Bildungsmangel führt eben dazu, ja, also ich, ja, also ich fasse das nochmal zusammen, also die, zum Beispiel die Körperfeindlichkeit des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, die hat zum Beispiel auch so Dinge hervorgebracht, wie, oh, Selbstbefriedigung, also wieder Körperkontakt, wenn auch mit sich selber, Sex also im weitesten Sinne, Selbstbefriedigung zersetzt dein Hirn. Und heute heißt es, das ist eigentlich eine schöne Paralität, wieder, oh, Körperkontakt lässt dich an Corona sterben. Also immer geht es darum, die Menge an Körperkontakt, also sozusagen, und an Sexualität in jeder Form zu reduzieren, weil dann natürlich am meisten Kaufsucht, Kaufsucht, Konsumsucht, Shoppingsucht und Krankheit, gewinnbringende Krankheit daraus resultiert, ja. Und das ist eben das, was man als, wo die Politiker alle diesen Bildungsmangel haben, dass sie das gar nicht richtig verstehen, ne, die Realität gar nicht richtig sehen können, also die Frühärzte- und Frühhändler-Evolution Richtung Körperfeindlichkeit ist und Zerstörung des Matriarchalen ist quasi und Unterdrückung des Matriarchalen ist das Wesentliche. Dann dazu spielt noch eine Rolle, dass dann vielleicht dieser hier eine Geschichte falsch übersetzt und eben dann plötzlich anfängt zu erzählen, was gar nicht wahr war. Zu der Zeit gab es nämlich keine Gewalt mehr. Wir waren damals schon pazifistisch und dann fängt er wieder an zu erzählen, oh, eine Gruppe hat die andere nachts überfallen und totgeschlagen, vielleicht weil er mit Sprachübersetzungsproblemen ein Problem hat. Jetzt kriegen die Leute alle Ängste, kaufen ihm Steinexte ab, um sich schützen zu können und denken über Präventivkriege nach, ob sie doch nicht gewisse Nachbargruppen totschlagen sollten, damit die sie nicht totschlagen können. Und so bringt dann auch der Frühhändler, der Frühwaffenhändler, auch den Krieg in die Welt und wieder zurück in die Welt sozusagen, die Gewalt wieder zurück in die Welt und den Krieg und den Terror und wird damit auch wieder der Vorfahre der heutigen modernen Waffenhändler, der Waffenindustrien und so weiter. Und so hat ja dann der Corona-Ausschuss meinen Auftritt auch so zusammengefasst richtig, dass es irgendwie ja so ein Kreislauf ist, Nahrungsindustrie und Behandlung. Das also quasi die Nahrungsindustrie macht die Leute krank und die Behandlung hält sie dann chronisch krank und beide profitieren davon, dass die ganze Weltbevölkerung suchtkrank, depressiv und suchtkrank gemacht wird durch die vorteilbringenden Irrtümer beziehungsweise parasitären, Meme, Killer, Viren des Geistes, durchmanipuliert wird die gesamte Weltbevölkerung. Und wenn das ein Politiker nicht versteht, dann kann er nur falsche Politik machen. Das geht nicht anders. Bildungsmangel macht schlechte Politik. Ich wiederhole es nochmal. Bildungsmangel und Irrtümer machen schlechte Politik. Ja, der Bildungsmangel der Parteien. Ja, das war es dazu. Jetzt schauen wir uns nochmal den Rest der Bilder an. Ja, also, da waren wir gewesen. World's Council of Wise People. Also, das kann man jetzt nicht ganz lesen. Also, der Normale, der Mainstream-Politiker, der eben so viel Wahlstimmen hat, hat, dass er eher fürchtet, er könnte seine Wahlstimmen durch neue Gedanken und neue Lösungs- und neue Reformen eher verlieren. Der glaubt also ganz naiv, es gibt in der Gesellschaft nur den kooperativen Anteil. Alle meinen es gut. Die Impfindustrie lebt in der Wahrheit. Die Pharmakonzerne leben nur in der Wahrheit. Alles ist in Ordnung. Wir leben in einer idealen Welt. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Engel, obwohl sie in Wirklichkeit ein fürchterlicher, brutaler, patriarchaler Raubtier, Kapitalismus mit Kriegselementen ist und so weiter. Also, eigentlich eine, aber das sieht eben der normale Politiker nicht. Für den ist alles, der sieht nur den kooperativen Anteil und alle seien sie wahrheitsorientiert. Ja, ab und zu gibt es mal ein, zwei schwarze Schafe, aber ansonsten ist ja alles in Ordnung. Und die, eben die, die schon deutlich klüger und besser gebildet sind, die sehen einen antikooperativen Anteil. Manche rutschen aber ab und denken immer, ja, das seien immer gleich kriminelle Lügen und kriminelle Lügner und Verbrecher und Verschwörer und so weiter. Die gehen also dann eher schon zu weit, haben aber Recht, dass es diesen antikooperativen Anteil gibt. Nur, dass der Großteil, und das ist die neue, große, neue Entdeckung der NextScientistsForFuture.de, dass der Großteil des antikooperativen Anteils in den Gesellschaften auf den Vorteil bringenden Irrtümern beruht, sozusagen. Das heißt, die Leute glauben ihre Irrtümer und schaden uns nicht, weil sie Verbrecher sind, sondern weil sie sich irren. Also man kann sagen, eigentlich ist jemand, der sich irrt, ist eigentlich viel gefährlicher als ein Verbrecher, weil er noch nicht mal weiß, dass er böse handelt oder schlecht handelt. Ja, und dann, das hatte ich erklärt. Und hier, das sind zum Beispiel Messgrößen oder Steuerungselemente. Man könnte also, man muss also positive Anreize setzen. Also die Therapie des Ganzen heißt also, wie bringe ich also sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer, wie kann ich diese VIs hier und zugleich die kriminellen Lügen aussterben lassen. Es spielt ja keine Rolle, ob es sich um einen vorteilbringenden Irrtum oder eine kriminelle Lüge handelt, die uns manipuliert. Weil beides manipuliert uns. Beides wirkt sich als parasitäres Mem oder als Killer-Virus des Geistes manipulierend in der Weltbevölkerung aus. Und ja, es spielt überhaupt keine Rolle, wie es denn nun ist, sozusagen. Egal, ob kriminelle Lüge oder vorteilbringender Irrtum, ich muss sie beide ja aussterben lassen, wenn ich richtige Politik machen will. Und die muss ich dann aussterben lassen durch starke positive Anreize. Das heißt, ich muss dem hier die Beute wegnehmen. Ich muss dem die Beute wegnehmen. Das heißt, ich muss messen. Da sind wir wieder bei den Messgrößen. Wie wohl fühlen sich denn die Kunden des Früharztes und des Händlers zum Beispiel? Ja, das nur als Beispiel für die gesamte Gesellschaft. Ich muss also die gesamte Gesellschaft in ein Gesundheitswesen überführen. Die gesamte Gesellschaft. Jeden Konzern, jede Firma, jeden, der arbeitet, in das Gesundheitswesen Deutschland überführen. Und dann muss ich die Wohlfühlstimmen der Bürger erfassen, die sie abgeben, sozusagen als neue Wahlstimme. Und ich muss gucken nach dem Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven, nach dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und muss quasi den Arzt, den Supermarktleiter, den Biomarktleiter, den Restaurantleiter. Ich muss alle belohnen mit starken, positiven Anreizen belohnen, wie zum Beispiel Verdienstzuschüssen, wenn der Arzt zum Beispiel mir hilft, dass ich mich wohler fühle, nie krank werde, nie Krebs bekomme, immer gesünder werde, immer glücklicher werde durch sein kostenloses Freizeit- und Wochenendkursangebot. Und dann gibt es mehr Verdienstzuschüsse und dann kehrt sich die ganze Sache um, nämlich der hier, der sich Ausbreitende, sich Irrende, also der Träger der vorteilbringenden Irrtümer, die vorteilbringenden Irrtümer sterben aus. Entweder übernimmt der hier Wahrheiten oder der geht in die Aussterbensposition hier, stirbt irgendwann aus mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, weil er keine Verdienstzuschüsse mehr kriegt, weil man ihm die Beute wegnimmt quasi. Folge dem Geld, guck nach der Beute, nimm die Beute weg. Und wir nehmen einfach dann die Beute weg. Und letztendlich bedeutet das, dass dann hier die Träger von Wahrheiten dann Karriere machen und sich ausbreiten. Und das ist gute Politik. Hier erst beginnt dann gute Politik. Also das heißt, wie heißt es auf unserer Homepage so schön, Gesellschaft kann nicht und niemals und nimmermehr funktionieren ohne starke positive Anreize. Und dann kann man den tatsächlichen Gesundheitsaufwand messen und dann zum Beispiel auch die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, um zum Beispiel übermäßiges Krankschreiben zu verhindern und so weiter. Und dann könnte man noch eine Sicherheitsstimme einführen, um das gesamte System innere Sicherheit Richtung Verhinderung von Kriminalität und Abbau von Kriminalität zu steuern. Man könnte mit einer Beitragsrückerstattung Sonderbelohnungsprämie die Motivation der Menschen erhöhen, dann auch an dem kostenlosen Freizeit- und Wochenendangebot ihrer Hausarzt-Ersatzpraxis sozusagen wirklich auch gerne teilzunehmen, weil man dann auch noch solche Belohnungen kriegt. Und man muss die Steuer- und Abgabenleistung kann man messen, um zum Beispiel die Leistung von Lehrern zu messen oder der ganzen pädagogischen Linie, wie weit jemand Kinder, die Kreativität und Innovativität von Kindern gefördert hat oder eher gebremst und die Kinder demotiviert hat und so weiter. Das kann man dann mit dem Steuerungselement der Steuer- und Abgabenleistung messen und auch kann man so dann auch zum Beispiel die vorgezogene Mütterrente kann man daran festmachen und solche Dinge. Ja, und einer der großen Vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialsparte, also die Sparten sind hier so außenrum am Kuchen angeordnet, sind selber Teil des Kuchens und neigen dazu, über ihre Vorteilbringenden Irrtümer möglichst viel vom Kuchen rauszufressen sozusagen. Und hier, wenn hier die Sozialspartler sitzen, ja, ein riesiger Bereich, die haben einen der wichtigsten Vorteilbringenden Irrtümer ist, alle Kinder, die geboren werden, sind Genies. Wir müssen sie nur richtig mit Bildung düngen und dann sind sie alle Genies und wertvoll. Das ist, aber die Naturwissenschaft hat das Gegenteil bewiesen. Es gibt saudumme Kinder und es gibt saukluge Kinder und das zwar schon von Genetik her, von Gehirngröße her und so weiter. Und sie können die saudummen so viel bilden, wie sie wollen. Die werden vielleicht ein bisschen schlauer, aber ein bisschen klüger, aber sie werden niemals so klug wie die, die genetisch schon sauklug sind, sozusagen sehr klug sind. Und diese Wahrheit muss natürlich weggeleugnet werden, weil wenn ich sage, dass alle Kinder, die geboren sind, Genies sind und total wertvoll sind, dann ist es ja völlig egal, wer die Kinder bekommt. Ob nun also die Klügsten aus Schwarzafrika zu uns nach Deutschland kommen und hier mit unseren Bürgern Kinder bekommen und ihre guten Gene einbringen in unseren Genpool oder ob die die Unfähigsten aus aller Welt zu uns kommen und Massen an Kindern bekommen. Das ist ja dann egal, weil ja alle Kinder sind ja Genies am Ende. Aber faktisch läuft es dann so, dass dann hier lauter Kinder geboren werden, die natürlich lauter neue Kundschaft schafft, für die Sozialspartler sind. Lauter Massenarbeitslose, Dauerarbeitslose, durch andere Mechanismen, durch andere vorteilbringende Irrtümer. Also wir müssen darauf achten, die gefährlichste Sparte ist nicht die Impfindustrie und die Pharma- und die Medizinindustrie. Noch gefährlicher ist nur eine Sparte. Das ist, ja und zu Zeiten Hitler hätten wir gesagt, die Waffenindustriesparte ist die gefährlichste Sparte sicherlich. Aber im Moment ist die gefährlichste Sparte von allen sind die Sozialsparten, weil die dazu führen, dass es zu unheimlich vielen Menschen, die nicht arbeitsfähig, nicht leistungsfähig sind, Dauerarbeitslose werden und die dann Kundschaft für all die Sozialspartler werden, die sich daran bereichern. Und ja, und davon ist leider auch von diesem vorteilbringenden Irrtum auch David Claudio Sieber infiziert von die Basis. Ja und das ist dann eben, das bedeutet eben, dass er dann grundsätzlich immer eine schlechte Politik zu machen neigen wird. Ja und das ist nochmal hier die Weltkarte einerseits, hier Nordeuropa, Südeuropa, Afrika und so weiter. Aber andererseits auch das Kommunenleben, das Bonobo-kommunistische Leben, wobei man sich so in einer Kommune eher bis zu 120 Individuen vorstellen sollte. Sind also ein bisschen wenig Mitglieder. Ja und dann hier auch ein ganz großer Irrtum ist immer so der, das ist ja der typische Irrtum der Waffenindustrien, ja. Dieses, ah, ich hasse die Reichen und die Unternehmer und so weiter und jetzt, ja, wir müssen Krieg dagegen führen, Revolution und so weiter. Revolution von links extrem und Revolution von rechts extrem. Das ist alles Quatsch. Wir sind alle Opfer des gleichen Fehlers. Wir alle haben nicht begriffen, seit 400.000 Jahren hat die gesamte Menschheit außer Weltrat und Next Scientists for Future nicht begriffen, dass Gesellschaft einfach ohne positive Anreize nicht funktionieren kann und dass es dann auch solche Sondererscheinungen gibt, ja. Und wir müssen alle Menschen liebevoll handeln und müssen gemeinsam, alle gemeinsam, liebevoll endlich die positiven Anreize einführen. Denn ich weiß nicht, die Idee, dass wir jetzt Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung von heute auf morgen abschaffen, ich weiß nicht, ob die Idee so toll ist, das wäre die Alternative. Das wäre quasi so wie die Bonobos, die gar keinen Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung haben, die also noch vor dieser Erfindung stehen. Das könnten wir auch, aber ich denke, es ist sinnvoller, wir setzen mit dem entsprechenden Aufwand. Das ist zwar viel Aufwand, aber es geht eben nicht anders. Also entweder wir schaffen Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung jetzt sofort ab oder wir führen sofort die Reformen der Next Scientists for Future. Die lassen die, die in den Ministerien durchführen und dafür braucht es jetzt eben von den kleinen Parteien eine, die damit ganz sozusagen wirklich Millionen von Klicks im Internetfernsehen erreicht mit ganz vielen Talkshows und so weiter. Und das könnte eigentlich die Basis sein, weil sie ja durchaus so viele prominente Personen hat, die im Internet die Sender immer, also wenn jeder Sender im Internetfernsehen, wenn das eine Talkshow wäre, wo Professor Sucharit Bhakti mit dabei wäre, da sind die Sender sofort bereit. Und die Sender haben ja oft Potenziale eben auch Hunderttausende von Klicks für solche Sendungen dann auch zu erzielen, einfach weil sie als Sender schon viele Follower haben oder viele Fans, viele Abonnenten haben. Ja, also hier nichts gegeneinander, sondern liebevoll umgehen mit unseren Milliardärskönigen, unseren Politikkönigen und Journalistenkönigen, keine Feindschaft, sondern System verbessern. Natürlich muss auch das Ganze, wir haben ja die fünfschrittige Demokratisierungskette, ja und wie muss es, ja also Klimaliste ist eine Möglichkeit, dass wir die noch ansprechen, die Klimalistepartei. Denn unser Deal, 900 Milliarden, sieben Jahre Plan fürs Klima und als Gegenleistung bekannt machen, der Next Scientist for Future, dieses Angebot könnte man ja wieder aufleben lassen. Ja, hier, das ist jetzt nicht so wichtig, das hatten wir. Ja, hier haben wir nochmal die Degeneration, seit vor 40.000 Jahren Erfindung von Geld und es ging also, dann ging es richtig messbar bergab. Hier bremst sich langsam die positive Entwicklung ab und dreht sich dann und kippt dann um in die Degeneration und so sieht unsere Zukunft am Rollator dann aus. Dumm, primitiv, gewaltbereit und körperbehindert und rollatormäßig, das ist unsere Zukunft, wenn wir so weitermachen wie bisher. Absolute Degeneration, hier nochmal, hier haben wir die wenig klugen Links- und Rechtsextremisten und hier sind die Next Scientists for Future, hier die bodenständige Linke, da ist der kluge Punkt und hier sozusagen, ja, das ist die Links- und Rechts- in Beziehung zu, hier sind die Extremisten und hier ist die bodenständige, vernünftige Linke mit den Next Scientists for Future. Ja, und in jeder Talkshow, ja, ich habe das gestern, glaube ich, ein bisschen falsch gesagt, in einer Talkshow sollte man nicht mehr als zwei Experten gegeneinander einprügeln lassen, aufeinander verbal sozusagen, sich munter streiten und sachlich argumentativ streiten. Also sozusagen die ideale Talkshow ist, dass man den Next Scientists for Future immer einen anderen Experten dagegen stellt, also Fragen stellt und dann zwei Experten hört, die sich dann gegenseitig sagen, warum sie sich irren. Und dann ist es sinnvoll, einmal Next Scientists for Future mit denen, dann mit denen, dann vielleicht auch mal die zwei gegeneinander und so weiter. Aber mein Tipp ist eigentlich, die Next Scientists for Future können eigentlich jedem dieser anderen Ansätze sagen, warum die sich irren und werden immer die besseren Argumente haben, weil sie einfach viel mehr können und wissen haben, aber gut, die Offenheit bleibt immer, dass vielleicht auch hier einer ein gutes Argument findet, sagt, liebe Next Scientists for Future, da habt ihr euch an dem Punkt aber geirrt. Naja, und vielleicht findet sich da wirklich was, denn sicherlich haben wir noch nicht alle vorteilbringenden Irrtümer und noch nicht alles aufgedeckt, weil das ja so wirklich auch unendlich schwierig ist, ja. Und dann könnte es auch sinnvoll sein, dass man eben gar nicht mehr mit einem Wahlprogramm an die Wählerinnen antritt, sondern dass man ihnen gleich signalisiert, ihr bekommt das Sagen hier, Wir stellen die verschiedenen, was weiß ich, zwei bis maximal sieben Vorschläge, die sich gewaltig voneinander unterscheiden, nebeneinander und bieten euch also ein Volksentscheid-Wahlprogramm, sodass ihr wisst, aus was ihr nach der Wahl beim ersten Volksentscheid selber auswählen dürft, wie ihr Deutschland haben wollt, ne, und das ist wirkliche Basisdemokratie, das ist, das ist, ohne das gibt es keine Basisdemokratie, denn alles andere ist wie der Bevormundung der WählerInnen, ne, ja, also Volksentscheid-Wahlprogramm und die richtigen Talkshows, ne, ja, und das hier noch einmal, und das ist eigentlich nicht so wichtig, das war es eigentlich, ja. Gut, dann haben wir das doch hier. Also, ich hoffe, es ist deutlich geworden, die typischen Bildungsmängel all derer, die Politik machen, aber dafür gibt es ja die Next Scientists for Future als überparteiliche, unabhängige Politikberater, kostenlose, kostenlose, unentgeltliche Helfer, sodass also die gute Partei der Zukunft nicht nur wirklich demokratisch ist, ich erinnere an unsere fünfgliedrige Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette in fünf Gliedern, ne, also sozusagen Politik der Zukunft besteht immer aus Volksentscheid-Wahlprogrammen, Talkshows, wo immer zwei Experten gegeneinander diskutieren sozusagen und befragt werden und letztendlich immer, dass die Reformen nicht die Politiker allein durchführen, sondern zusammen mit ihren Experten durchführen, ne. Also, solche Experten wie die nextscientistsforfuture.de sollten immer dabei sein bei jedem, bei jeder Reform in den Ministerien, ne. Ja, also nochmal, das ist also quasi die Wahlnachlese für heute, der Bildungsmangel und die Irrtümer der Parteien und die Superreformen der Next Scientists for Future und das ist eben die hohe Kunst und die lernt man, dafür braucht man über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung, dass man die positiven Anreize so gut setzt, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die Killerviren des Geistes und die parasitären Meme, alle aussterben weltweit nach Möglichkeit, fast alle aussterben, alle wird man nie ganz erreichen und durch Wahrheiten ersetzt werden, ne. Die dann zu vorteilbringenden Wahrheiten werden, ne. Ja, also, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute und mit diesem offenen Brief an all die Personen, die hier ja genannt sind, ja. Tschüssi. Vielen Dank.